Was hat denn der? Noch einen? Irgendwo höre ich einen. Oder auch nicht. Hallo? Nein, nein, nein. Komm, komm, komm. Na, komm. Jetzt. Komm, eh wieder. Fällt der nächste Tumor bestimmt. Ja. Irgendjemand schießt. Geh mal weg. Oldschool-Klassiker, ne? Irgendwo redet ihr. Wiedersehen. Aufräumen. Mir wurde immer beigebracht. Ich muss aufräumen. Nein, ich laufe nicht. Er ist aufräumen. Aber ich habe keine... Stuten. Geh weg. Oh, meiner. Was ist denn jetzt kaputt? Hä? Vielleicht hier. Hä? 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 Also, ich habe falsche Taste gedrückt. Hä? Hallo? Ah. Oh, mein. Hm, 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 hm. Ist die immer noch hinter mir? Hm. Okay, okay, okay. Wah! Wtf? Hm, die... Ah, die ist geil. Hallo? Geh weg. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hilfe! Mach das auf. Gibt's da keinen anderen Rauch? Habe ich die Grafik überhaupt auf hoch? Oh, grösseres Level. Lade Daten. Dann lade mal. Hm. Gibt's schon besser aus, ja. Ja, bitte. Das hier könnte ein Transportlicht sein. Das brauche ich bestimmt für irgendwas. Da drüben. Ich hoffe. Geht's weiter runter. Wo denn? Ja, kein Problem. Ja, ja. Mach da mal keinen Stress. Oh, Falling Man. Oh, Falling Man. Einmal nicht aufgepasst. Dach, dach. Dich will ich. Uhu. Dich will ich. Hm? Mann, wie weit geht das da noch runter? Jetzt geht's schneller. Noch schneller. Was ist mit diesem Lift los? Er ist kaputt vielleicht. Kannst du ihn wieder in Gang setzen? Äh. Ähm. Bestimmt. Wieso nicht? Ähm. 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 Weiß ich noch. Ähm. Irgendwie hier. Hm? Ähm. Ha. Ha. Ah. Ha. 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 Hab ich gut gemacht. Ne? Dankeschön. Geh weg. Ja. Das ist Kunst. Hoch und runter. Hallo? Hallo? Nochmal vielleicht? Das ist eine Schwerte. Das ist kaputt. Gordon, kann's halt. Gut gemacht. Danke. Schauen wir mal, wie lang. Alles klar. Du. Wieso? Das war knapp. Nee, ich hab ne Physik an. Da geht das. Kommt bestimmt Ladedaten. Ja. Dachtest mir doch. Und ab geht. Na? Kommt jetzt Mutant-Level. Direkter Eingriff. Alles klar. Willkommen bei der Schönheits-Op. Ja. Geh weg. Mach irgendwas. Ach. Ich räume dabei auf. Das sieht aus, als ob ich hier was in der Infos ist hier. Aber warum? Mhm. Ach du Korki. Sie ist schon ziemlich in Überaus. Was denn das? Fliesenauge. Der Kleine hatte recht. Mhm. Und jetzt? Anni-Mack. Vielleicht kommen wir durch den Kontrollraum rein. Stimmt. So. Jetzt aber. Und du musst dir hier jetzt was drücken. Der Hälfte ist unten im Kernzugang. Ich werde versuchen, ihn auf diese Ebene zu holen. Oh, ich hab das geliebt früher. Das war immer Verständigung. Counter-Strike. Taschenlampe. Gab's da überhaupt ne Taschenlampe? Gut, dass du weißt, was du tust. Nee. Das war die... Dö-dö-dö-dö-dö-dö. Genau, Taschenlampe war es nicht. Aber Dö-dö-dö-dö. Ich wünschte, ich könnte dir noch irgendwie helfen. Ja, bitte geh. Bittig. Bittig. Ist der schon oben? Bittig. 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 No. Hallöchen. Oh! Kaboah! Patsa! Oh! Ich drücke immer falsche Kaste. Der Fee? Nee. Ich geh mal. 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 Okay. Ich geh mal. So ein Ding hier. Hau an! Nee, nee, nee. Moment. Und. Aufräumen. So viel Zeit muss da. Der hat dir was zu sagen. Schau mal. Dein Kumpel. Okay. Wiedersehen. Wiedersehen. So. Geht mich einfach wegreisen. Ah, ich brauch so ne Kugel. Ach, die bleibt ja nicht lang. Die explodiert dann. Aaaaah. So. also. Ach, die bleibt ja nicht. Atme. Abfangen. Und... Ausatmen. Ach. 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 So, dann bedanke ich mich fürs Zusehen, ich hoffe es hat euch Spass gemacht, dann bis zum nächsten Mal, macht es gut bei Half-Life Episode 1, vorgespielt allein, ciao.